Hörspiel Community Kaiserslautern Da liegt Europa, wie sieht es aus? Wie ein bunt, angestrichenes Irrenhaus. Kurt Ducholski verstand es wie kaum ein anderer, den Menschen in die Seele zu schauen. Aktuell und auf den Punkt gebracht ist heute noch sein prophetisches Gespür für politische und gesellschaftliche Entwicklungen. Die Hörspiel Community Kaiserslautern präsentiert digital eine Auswahl seiner Texte, aber nicht nur von ihm. Auch von Peter Panter, Theobald Tiger, Kaspar Hauser, Ignaz Wrohbel. Und alle Texte sind humorvoll, bissig und zuweilen nachdenklich. Videos werden ab 20 Uhr im Internet unter hörspiel-community.kl veröffentlicht. Seien Sie gespannt! Am 27. Juni, der kurzen Nacht der Kultur. Hinhören lohnt sich! Gefühle, 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 Gefühle. Ich rufe vor, einen Sieg mal an. In der Hotelhalle. Anders Baby. Europa. Ware, die Ware, die Ware, die Ware, die Ware. Ratschläge für einen schlechten Hitler.